Nein, eins wird er noch. So. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. So. Ist die Sauerei jetzt endlich vorbei hier? Jetzt kommen die Viecher hier noch raus. Oh, was ist das da vorne? Ist das schon wieder noch ran? Nee. Lass mich durch, lass mich durch. Alle tot. Komm schon. Jawohl. Oh, der ist auch tot. Toll. Die ganzen Wissenschaftler sind im Arsch. So. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Muni, muni. Da ist nochmal so ein... Oh Gott. Geht's raus? Stimmt's, war das? Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt ganz zurück. Oh, stopp mal. Der ist leer. Mist. Aber da oben war noch einer. Den nehme ich mit. Der war auch leer. Oh, fuck. Nee. Hier ist noch ein bisschen was drin gewesen. Sehr schön. Runter. So, so, so. Und dann... Gehen wir hier links rum. Und jetzt wird's hoffentlich abge... Wow, fuck. Fuck it. Oh Gott, nein. Ganz schlechter Start. Juhu. Jawohl. Alle tot. Wow, wow, wow. Da geht heftig die Explosion ab. Hier ist nichts mehr. Meine Energie sieht auch wieder voll geil aus. Und es dröhnt mir wieder in den Ohren. So. Hier entlang, hier entlang. Was ist das? Es blinkt, es blinkt. Was ist das? Was ist das? Keiner weiß es. Oh, Energie. Juhu. Oh. Oh. Und jetzt? Datenbärchen geladen. Oh, fuck. Wie ist hier der geile Halt? Oh, je. Oh, fuck. What the fuck? Oh. Ich kann nur wiederholen. Ich bin beeindruckt. Der General hat alle Ausgänge zur Oberfläche verschließen lassen. Und jetzt sehen uns verhalten sich weiter aus. Dank meiner überragenden Körpermechanik werde ich die Oberfläche mit dieser Ventilationsschicht erreichen. Ich werde den General daran hindern, von diesem Verheben zu fliehen. Ja, hoffentlich. Ich werde den Leit bieten gehen müssen. Ich habe einen Aufzug gefunden, der noch bis zur Oberfläche führt. Er befindet sich unterhalb der aufgetauten Kettendektion. Die Schnaubelschwinge haben diese Sohn in diesem Leit stark beschimpft, weil wir nicht unterwegs nicht beobachten können. Ich vermute allerdings, dass sich dort unten noch ein großes Klinger befindet. Seien Sie vorsichtig, Jan-Band. Ja, heftige Scheiße. Oh. Und da ist sie wieder. Abgehauen. Weg ist sie. Die gute Möchtegern-Gladys. Wir nehmen mal die Energie hier mit und machen uns auf den Weg, auf den langen Weg, wie sie sagt, nach oben. Da der General alles zerstört hat. Alle Ausgänge. So, ich höre es jammern. Und krechzen. Oh. Mein Lieblingsbild. So, hier geht es. Ja, hier geht es auch lichenlang, oder? Wo soll ich denn jetzt hin? Sag mal. Das kann doch nicht, oder? Soll ich da reinspringen? Na ja. Da hat man ihn geladen, tatsächlich. So. Nee. Nee, war falsch. Tot. Dann. Doch, wieder zurück. Oder? Hm. Ja, das mag ich ja immer ganz gerne. Was soll ich denn jetzt hin? Da komme ich auch nicht hoch. Ach ja. Was soll einer riechen, hey? Das soll einer riechen. Was geht sich da unten? Freund oder Feind oder neutral? Sieht mir relativ neutral aus. Oh Gott. Was war das? Hilfe. Oh Gott. Der Boden bricht weg. Stück für Stück. Nicht gut. Das ist sozusagen ungut. Was geht da vorne ab? Blau? Oh. Ach, die Miniviecher. Fuck. Ja, ja. Ja, ja. Mei, komm halt. Scheiß, wie ich blatt getreten. So. Ich habe mich gerettet. Dank mir. Dank mir! Oh, noch einer. Und blatt getreten. So, was ist da unten? Alter, jetzt gibt es noch einen Fass von einem B-Stun. Komm her, du. Nein, ich muss da runter. Oh, da vorne ist irgendwas. Oha. Und sind sie doch bereit. Na, sie fressen die mich jetzt doch. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Hier ist sie, sie fressen mich. Boah. Massaker. Hey, ihr scheiß Biester. Jetzt messer ich euch nochmal. Jetzt muss aber mal. Was ist denn mit meinem Messer los? Warum habe ich kein Messer mehr? Toll. Platt geschlagen. Auch geil. So, es geht hier in der Action ab. Wie komme ich jetzt hoch? Junge. Ich hau dich zu Klump. Hm. Wie geht es wo weiter? Ah ja, hier. Sehr schön. Oh Gott. Aha, Xenom. Oh, noch Maxonoms. Und keine Muni mehr. Sehr schön. Wie man es sich natürlich wünscht im Gefecht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hilfe, Hilfe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mann. Oh, fuck. Noch ein. Oh nein. Damn. Oh, schlecht. Der ist tot. Der auch. Upsa. Ach. Noch einer. Oh Gott. Munition leer. Ach. Noch einer. Was geht ab? Welche von denen gibt es noch? Ach, hier ist die Breed. Okay. Dann kriege ich das Vieh kaputt. Dann kriege ich das Vieh kaputt. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Oh Gott, oh Gott. Komm schon, hier hoch. Hier durch? Nein. Wow. Mach auf. Ja, ja. Mach auf. Jetzt komm ich hier durch. Oh, fuck it. Der stirbt zuerst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Kann ich das? Toll. Toll. Ist der schon tot, oder was? Der ist tot. Sehr schön. Was soll ich jetzt mit der Knarre hier machen? Da ist nichts zum Abknallen. Egal. So. Oh, Energie. Juhu. Ein Bollwerk an. Energie. So, hat er mich jetzt... Hat er es hier aufgemacht endlich? Nein, hat er nicht. Hey, du Nazi, jetzt mach mich mal auf hier. Was soll denn das? Oh, ist toll. Oh Gott, oh Gott. Oh, fuck it. Oh, ganz schlecht. Ja. Ah. Batz. So wird hier aufgeräumt. So. Ja. Toll. Gibt's auch nichts Neues hier? Da oben muss noch irgendwas sein. Na. Mach doch mal auf hier. Mann. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da baumelt es von der Decke runter. Oder muss ich hier noch irgendwas schießen? Was ist da oben? Ah, ja, okay. Oh, fuck it. Ganz klar. Hm. Oh, fuck. Und weg. Oh. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn noch hier? Geh euch hier noch irgendwas bringen? Komm jetzt da hoch. Was hab ich hier Bums gemacht? Achso, jetzt kann ich drüben, schon rein. Ah. Ja, geil. Oh, glattig's. Fuck, fuck, fuck. Nein, ja, langsam, kommen Sie mir. Der General hat die Lichtblock jetzt die Tiefe in die Einrichtung hinunterführen. Ein Müßiger versucht, Sie da anzuhänder, die Oberfläche zu erreichen, kann man. Meinem überwichtigen Intellekt hat der General nichts entgegenzusetzen. Ich habe den Faschungsstatt gefruchtet. Das Wasser wird Sie am Boden tragen. Dort treffen wir uns in einer neuen Drohne. Bewegung gar nicht. Auch mich wartet Ihr Arbeit. Was ist das hier? Du hast ja schon bemerkt, dass hier so ein paar Eier rumliegen oder sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Oh, weg, weg, weg. Ja, ja, ist gut. Weg. Weg. Nein. Watz, 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 watz. Oh Gott. Hässlich, Bieste. Energie, Energie, gib mir Energie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch mehr. Boah. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ja, klar. Ach, ja, hinlang. Okay, alles klar. Oh Gott, jetzt sind wir wieder runter. Mann, meine Energie. Hast du nichts für mich? Irgendwie so? Denk doch auch mal an mich, Mensch. Ja, 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 ja. Boah. Übel. Sollte toll wieder im Eisschrank, oder was? Da hat ein Wurden geladen. Oh Mann, Munition knapp, Energie knapp, alles knapp. Oh oh. What the fuck? Da kommt jetzt ein Riesenviecher runter, ich weiß es genau. Oder von unten. Irgendwas passiert. Oh, Wasser. Heftige Tauchaction. Na dann. Oh Gott. Okay, okay. Hoch, hoch, hoch. Da ist Luft. So. Was ist jetzt hier? Nichts. Dann zurück. Hier nochmal hoch. Oh, und wieder runter. Mhm. Ne, hier unten ist gar nichts mehr. Dann mal schnell hoch wieder. Hoch, 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 hoch. So. Und abwärts wieder. Jetzt muss es hier aber irgendwo weitergehen. Da ist nichts. Energie? Nein. Dann hoch. Hier oben ist auch nichts. Wunderprächtig. Ja, hier kann ich nicht durch. Sind hier irgendwo noch ein Schalter? Ja, ja. Ist hier nichts mehr, ne? Toll. Ganz toll. Storage underground. Toll. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja gut. Nicht sterben. Gunman. Sie dürfen nicht sterben. Doch ich muss das Teil hier platt machen. Oder? Was ist denn das für eine Scheiße hier jetzt wieder? Das auf jeden Fall nicht. Und das. Toll. Nein, nein, nein. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Kein Schalter, nichts. Mann. Nichts zum Betätigen da. Ja, ja. Komme ich jetzt nicht mehr hoch? Sonst gibt es keinen Weg. Ich muss diese Kacktür irgendwie aufkriegen. The question is aber... How? Ach, wie dumm. Ich muss gar nichts aufkriegen, muss ich hier. Ich muss hier hoch. Wieder zu kompliziert gedacht. Oh je, oh je, ist nichts zu tun. Die Tür geht nicht auf. Oh, die auch nicht. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oha. Ah ja. So, und jetzt? Ja, Rose. Oh ja.